So, wir sind sie fertig. Jetzt müssen wir den hier auszuschneiden, damit die neue Platte hineinpasst. Natürlich hat er schön gestaubt. Da stehen wir vor der Tür, mein Töpfchen. So sieht das aus, wenn ... So sieht er noch wegen dem Waschbecken, oder was? Ja, anscheinend haben sie hier wieder ein ... So sieht das aus. So sieht das aus. So sieht das aus.